Moin Leute und willkommen zur Fortsetzung unseres Playthroughs durch Escape the Backrooms. Diesmal sind wir in einem Hotelkomplex gefangen und versuchen uns hier erfolgreich rauszukämpfen. Also schaut es euch an, genießt die Show und viel Spaß dabei. Hallo, komm zurück. Wie sieht es da drüben aus? Bildschirm mit drei Smilies drauf. So eine Treppe, die hochgeht. Ich hasse euch. Na, es macht Geräusche. Lauf Tony, lauf. Du war ein Idiot. Hier könnte man noch zurückgehen. oder man muss plus zwei aktivieren weil die haben auch immer unterschiedliche porträts aber ich kann nicht mehr sobald lass mal bitte drückt man muss du bist du nicht in die Richtung gucken wo der Typ guckt wie ein Payday? sooo Opa Gott fein geteit ich hab mich ein bisschen entschieden jetzt ja warum jetzt? ok ja if you feed them they will reward you ich hab's in die falsche Richtung hallo? ach so Tobi wie hast du das gegeben? ne die hat ne aber dann einfach F default schlüssel ja ok 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 nice paula ist das wahlmeister sui mui an der act also der Juice Juice bringt gris hier aber nicht viel da ist noch ein da ist noch ein da ist noch ein hier ist noch eins zu spät oder ein Weedman oder so irgendjemand ah da ist ein Viehen 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 hinter uns sprühe 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 das ist glaube ich der Hund das ist ein Hund ich war schon wieder verrückt ich war schon wieder verrückt Mensch du ohm wer hat gerade hello gesagt was hä hä ja der hat gerade jemand hello gesagt jetzt hab ich es auch gehört excuse me das ist das Vieh zurück hier zurück weil ich mehr wahnsinnig hast du noch war es zu spät ich hab dir die bot getötet ich hab das Zeug wer hat jetzt hier gesprochen mit uns war das ein anderer der nachgeschritten ist ne das war äh har 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 hee k*** er steht dort nur der steht dort nur der steht dort nur du river Wie ist es appeared Liber Peut lebt א� HA ich habe so viel der der hello sagt ist der falsche danke gut gemacht und jetzt noch ein paar clips unserer fast erfolglosen flucht vor dem monster also viel spaß damit nein meinst du ich kann nicht tommy hat's erwischt was tun wir jetzt eigentlich weiter die zettel hallo im leben aber ich wusste das kann eigentlich nicht also wir brauchen das ist das auch da wo hallo block mich Ja, ich hab ihn stuck, ich hab ihn stuck! Das Fenster, da bin ich! Das hat gut funktioniert. Ich renne dort immer mal alleine rum, ich lass mich umfressen, Alter! Ich hab so geschrien, was für mich gepackt hat. Ich hab's gesehen, vor allem kommst du dort rein, drehst dich um, da ist er! Ah, rennen! Mami! Ey, der ist ne Tür offen, wenn wir weiter rennen ist irgendwann ne Tür offen. Aber wir wissen ja wo. Ist der richtig hier? Ich hab mich versteckt. Paul? Hilfe? Alter! Wie bist du es? Ist jetzt ne Bau, oder? Na! Na! Hallo! Das ist der schlechte sein, ich muss nicht mehr machen! Hey! Oh! Ich hab die Tür mehr nicht zu machen! Ich hab die Tür mehr nicht zu machen! Was ist denn das? Du, was ist denn das? Look up! Hier steht die Nummer. Es gibt keinen. Hallo! Hallo! Hab's, ich hab's doch! Es ist offen, aber der Skinwalkers vor der Tür! Ja, ich seh's! Der f*** mich! Oh! Hallo! Lass mich rein! Jungen! Ja! Jungen! Ja! 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 Ja!